Also das hatte man jetzt jahrelang ja nicht, diese Wurmproblematik mehr bei Pferden. Die Kaubewegung beruhigt das Pferd, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Wie sitzt eine Trense? Wie ist ein Gebiss? Was für ein Gebiss habe ich für welches Pferd? Wie lang muss das eigentlich sein? Wie liegt das eigentlich? Ein Pferd ist klinisch komplett abgecheckt. Es ist nichts zu finden, klinisch gesehen. Und dann fahren die Besitzer nach Hause und das Problem ist aber immer noch das gleiche. Das Kauen ist für die ja auch ein Wohlbefinden. Das beruhigt die ja auch. Das ist ja, das Hungergefühl ist gesättigt. Der Magen-Darm-Trakt ist damit auch intakt. Wir haben immer weiter einen Fressfluss und der Magen-Darm-Trakt arbeitet ja auch immer langsam weiter. Und ihr habt noch das andere, die Bewegung. Und das ist ja immer so ein Zusammenspiel. Also wenn ich jetzt ein Pferd in der Box stehen habe, was morgens eine kleine Portion Heu kriegt, eine große Portion Hafer und bewegt sich den Tag über nicht, würde ich sagen, okay, wir haben viele Punkte, an denen wir ansetzen. Wir haben aufgegaste Beuche. Aber das ist ja, ja, aber du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Also du sagst, dass die Kaubewegung von dem Pferd auch beruhigend wirkt. Ja, das ist ja ein Kaubedürfnis bei denen. Dann kombiniere ich jetzt mal. Also dann geht das jetzt mal in ein ganz anderes Thema. Die Kaubewegung beruhigt das Pferd. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Nein. Jetzt hast du das nicht, wenn du isst. Möchtest du was haben? Jetzt kommen wir mal. Reithalfter Sperrriemen. Bist ins Letzte zugeschnürt. Das Pferd soll losgelassen am Gebiss kauen. Und jetzt höre ich, Kaubewegungen beruhigen das Pferd. Denn wäre es ja sinnvoll, wenn man eigentlich Nasenriemen, Sperrriemen so locker hat, dass das Pferd eigentlich entspannt wie auf so einem Kaugummi auf seinem Gebiss kaut. So, jetzt kommen wir ja dazu. Welches Kauen ist entspannt? Ja, das wäre interessant. Ist das jetzt ein gestresstes Kauen, dass sie quasi auf dem Gebiss kauen, weil es ihnen unangenehm ist und sie das quasi lieber zerkauen wollen? Erstmal müssen sie ja überhaupt kauen können. Oder kauen die ab. Aber es ist ja dann auch, manche Leute, das kann ja genauso gut sein, die kauen, weil die das stört. Oder dass sie das entspannt finden. Wir wollen ja ein Pferd, was leicht am Zügel abkaut. Aber es soll dabei auch nicht das Maul aufsperren und das Gebiss rausgeben. Und das ist wie mit dem leichten Zügel. Eine leichte Zügelverbindung wollen wir haben. Wir wollen aber auch nicht den Zügel wegschmeißen und eigentlich gar keine Verbindung haben. So ist es mit dem Reithalfter und mit dem Sperrriemen auch. Man kann Sperrriemen dranhaben, man kann auch keinen dranhaben, muss man das Pferd auch individuell natürlich sehen. Aber es ist theoretisch gesehen so. Also das, was man ja traditionell kennt. Eigentlich sollte es ja zwei Finger unter Jochbein sein. Man sollte bequeme Hand drunter schieben können. Das ist ja in den seltensten Fällen so. Also kann das Pferd schon, wenn es das Kauen als Beruhigung nimmt und es ist so zugeschnürt, dass es noch nicht mal mehr kauen kann. Ist es theoretisch gesehen ja schon Hardcore-Stress oder sehe ich das falsch? Auf jeden Fall, das ist keine Entspannung, würde ich jetzt mal so behaupten. Reitlehre ist ja auch kein Punkt unserer Ausbildung, muss man dazu ja auch sagen. Das ist auch ein Problem. Ja, also ich würde zum Beispiel bei der Tissima wäre der Faktor, wenn alles schlabbert, geht es auch nicht. Da haben die mehr Stress daran, wenn das sich immer verschiebt. Du möchtest es ja auch gerade behalten. Also wenn das jetzt so locker wäre, dass sich die Trense beim Reiten hoch und runter wackelt, ist es natürlich auch Stress. Aber das, was man früher quasi als Standard festgelegt hat, mit den zwei Fingern, mit lockeren Hand, das hatte schon einen Sinn. Das hat einen Sinn und einen Zweck, dass es quasi genug Halt und dennoch genug Freiraum bietet. Ich möchte weiter in die Fachrichtung der Pferdemedizin später gehen, einfach weil ich das sinnvoll finde. Also einerseits finde ich natürlich die Ausbildung vielseitig, wenn ich mich mit jedem Tier beschäftige. Ich weiß, wenn ich eine Katze sehe, wenn ich einen Hund sehe und die kommen mit Problemen auf mich zu, was müsste ich theoretisch machen. Aber ich finde es schön, mich zu spezialisieren, einfach um tiefer in ein Themengebiet einzudringen. Also ich möchte mich lieber den ganzen Tag mit Pferden beschäftigen und da meinen Fachtierarzt machen, als mich nur halbinformiert da zu sein. Also ich gehe ja auch, wenn ich zum Arzt gehe und Zahnprobleme habe, gehe ich ja auch nicht zum Allgemeinmediziner, sondern zum Zahnarzt. Und ich bringe es dann aus der Seele. Das sage ich ganz oft. Und dann gehe ich lieber, oder dann möchte ich auch, auch weil es nicht einfach interessiert, möchte ich meinen Fachtierarzt für Pferde machen, weil ich noch tiefer in dieses Themengebiet eindringen möchte und noch mehr Wissen dahinter schüren möchte. Ich finde aber auch jeden, ich finde es auch verständlich, wenn man mehrere Tierarten behandelt, einfach weil man mit mehreren Tierarten gerne arbeitet. Und es gibt auch, deswegen geht man ja auch zum Allgemeinmediziner andersrum gesehen, weil du da mit Schnupfen, mit dem und dem und dem hingehen kannst. Aber für mich finde ich einfach, dieses Mich auf einen Organismus zu spezialisieren, eine Tierart zu spezialisieren, sehr interessant und auch vielseitig. Und ich glaube, es gibt so viel Wissen, was man haben müsste und so viel, was man betrachten könnte. Wenn wir jetzt von der Anamnese schon gesprochen haben, es gibt ja so viele Probleme, da hilft es nicht nur von einem Blickwinkel hin zu gucken, sondern da musst du dann auch nochmal überlegen, was du hier machst, einfach, wie ist die Trense überhaupt verschnallt, wenn wir über Trensen gesprochen haben, der Sattel. Ich kann ja nicht, ein lahmes Pferd, wieso ist das Pferd lahm? Hat es jetzt ein orthopädisches Problem? Hat es, also da gibt es ja auch noch verschiedene Richtungen, sind es Bänder, Sehnen, Muskeln, ein mechanisches Problem? Ist es die Hufstellung? Ist es der Beschlag? Ist es jetzt der Sattel, der drückt? Und es gibt so vieles und das kann man manchmal gar nicht, glaube ich, so schnell erfassen. Deswegen ist auch teilweise Zusammenarbeit so wichtig, weil ich bin kein Sattler, trotzdem weiß ich aber um das Problem, dass das ein Problem verursachen könnte. Ich würde jetzt selber keinen Sattel aufpolstern, weil ich das nicht gelernt habe und es nicht könnte. Ich kann vielleicht rausfinden, ob es ein Problem, also ich weiß, dass es ein Problempunkt darstellen könnte bei der und der Problematik, kann es aber vielleicht nicht selber beheben und dafür gibt es dann wieder jemanden, auf den ich zukommen möchte und sage, so, hier du, wir haben das und das abgeklärt, das ist es nicht, das weiß ich auch, aber ich würde glauben, da könnte das Problem stecken. Okay, da sprichst du aber eigentlich ein ganz schönes Thema an, weil ich habe eigentlich immer eher den Eindruck, also ich würde sehr gerne mit dem Tierarzt zusammenarbeiten, weil wenn ich zum Beispiel eine Lahmheit habe, die hierher kommt, ist es ja für mich schwierig, also eine Taktstörung nenne ich es mal, ist es ja für mich schwierig, ohne Ultraschall zum Beispiel zu sehen, Mensch, ist vielleicht die Sehne irgendwo geschädigt und es ist deswegen. Oder jetzt als Tierärztin habt ihr, denke ich, auch eine andere Möglichkeit, schon alleine vom Auge her eine Lahmheit so ein bisschen einzugrenzen. Du kannst ja wahrscheinlich schon sehen, nicht nur Stützbein-Lahmheit, Handbein-Lahmheit, sondern du kannst ja vielleicht aus Erfahrung oder sowas auch schon sehen, Mensch, das passt eher zur Bandstruktur, das passt eher zum Schipp oder zum Hufgeschwür oder Sonstiges. So und das ist eigentlich immer ganz schwierig, mit dem Tierarzt zusammenzuarbeiten, weil A, möchte der das gar nicht, die wenigsten? Oder die nehmen einen selber auch gar nicht ernst? Ja, das ist schon schwierig. Ich finde es immer schwierig, das zu pauschalisieren. Also uns werden auch häufig Pferde vorgestellt, die sind vorbehandelt von irgendjemandem. Sondern es ist immer die Frage, was hat der denn vorher gemacht und wie ist der ausgebildet? Und der hat irgendwo ein Problem erkannt, das sehe ich vielleicht gar nicht. Ist das jetzt wirklich so da? Gab es das? Und man muss, glaube ich, manchmal irgendwie lernen, einfach mehr zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey du, ich habe in dem und dem Bereich mehr Ahnung und du in dem und dem und wir müssen uns das vielleicht mal zusammen angucken. Das ist auch, wir persönlich müssen ja auch sehr viel mit Hufschmieden zusammenarbeiten. Es gibt genug orthopädische Probleme, die einfach einen Hufschmied erfordern, der das Pferd so sieht, dass der, der auch die Lahmheit sieht quasi und der sieht, was kann ich daran verändern? Wir haben das auch mal gelernt, aber trotzdem kann ich kein Ei, also bin ich kein Hufschmied, der ein Eisen aufbringt. Aber trotzdem kann ich sagen, hey du, hier ist das Röntgenmüll davon, da müssen wir mal das so und so verändern, müssen da vielleicht einen Steg einbauen, dass das Pferd besser abrollt. Das ist auch eine Zusammenarbeit, die wir brauchen, weil ich kann das vielleicht rausfinden, aber das zum Beispiel kann ich nicht behandeln. Dafür brauche ich dann den Hufschmied. Ich denke, so ein Hufschmied, der ist auch schon in so eine Klinik ja mit integriert. Wenn ich also an die Tio Hannover denke, das ist ganz normal, die haben eine eigene Schmiede. Ich wüsste jetzt aber keine Klinik, wo ein Osteopath oder eine Physiotherapeutin mit bei ist. Viele Pferde sind dann ja auch häufiger in Behandlung, da hast du ja teilweise Blockaden, wo du immer wieder hingehst. Als Mensch gehst du ja teilweise auch häufiger zum Osteopathen und hast ja immer so, wenn du schiefläufst, immer wieder dasselbe Problem und behandelst es auch teilweise immer wieder. Und die sind auch da die... Okay. Du musst ja teilweise, reicht ja auch nicht mehr Initialbehandlung, sondern das ist dann weiterführend. Also es gibt es schon. Man muss es nur, glaube ich, immer wieder mehr aufgreifen und mehr da die Zusammenarbeit schüren, dass man immer mal einen anderen Blickwinkel für sowas sieht. Also bei mir ist es ja auch, denke ich, ein bisschen anders. Ich habe zwar die Ausbildung dazu gemacht, aber ich arbeite ja ganz untypisch. Also so dieses Blockaden reinholen, weswegen ja jetzt Osteopathen rausfahren, das mache ich ja gar nicht. Außer in den seltensten Fällen. Ich bin ja eher so auf den anderen Schienen einfach zu Hause. Und da ist es einfach so, dass ich halt merke, Mensch, ein Pferd ist klinisch komplett abgecheckt. Es ist nichts zu finden, klinisch gesehen, zumindest nicht das, was untersucht wurde. Und dann fahren die Besitzer nach Hause und das Problem ist aber immer noch das Gleiche. So und dann sitzen die da und wissen nicht weiter. So und die sind dann hier. Und dann gucke ich halt das ganze Gesamtkonstrukt an und sehe, Mensch, das ist völlig... Also für die Besitzer ist es dick, das Pferd. Für mich ist die Vorhand schmal, die Hinterhand schmal und der Bauch ist so. So und das Pferd galoppiert schlecht an, es hat Gurtzwang, es frisst nicht gut, es hat in geregelten Abständen Koliken, die behandelt werden. Und dann frage ich mich halt auch manchmal, Mensch, denn wer jetzt so eine Tierärztin, wie du jetzt, frisch von der Schule, die das dann halt auch so macht mit Anamnese, fragen, wo sitzt denn die Ursache, warum gast der denn immer auf, warum kriegt der denn immer Kolik, wäre natürlich top. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Weil die stehen hier. Ich glaube, es ist immer schwierig. Ich glaube, es ist auch schwierig, das zu pauschalisieren. Und ich glaube auch, manchmal ist es so ein Zusammenspiel. Einmal habe ich das Problem erkannt, kommen die Besitzer eigentlich immer nur wegen einem anderen Problem und lassen das andere Problem so ein bisschen hinten raus und denen fällt das in dem Moment gar nicht auf, sondern die kommen, oh, ich frage, wie oft hat ihr Pferd gekolikt und so weiter. Und wir kommen eigentlich gar nicht zu dem Kernpunkt, irgendwie, ja, das ist immer da und damit in Verbindung. Das fällt den Leuten teilweise nicht auf. Das ist auch nicht schlimm, dafür sind sie ja auch keine Mediziner. Aber ohne das ganze Vorwissen, du siehst, das Pferd ja nicht jeden Tag und auch nicht im Alltag, kommst du manchmal gar nicht an diesen Punkt. Und dann ist es manchmal einfacher, wenn andere Leute andere Fragen stellen. Und wenn du jetzt quasi mit der Rittigkeit kommst, womit die bei uns aber gar nicht mit dem Problem vorstellig werden, sondern bei dir heißt es ja, also der galoppiert links nicht an. Und du siehst den einfach nur in der Klinik einmal aufgegast, weil er aufgegast ist und gerade kolikt. Das stimmt. Und bei dir kommt es aber mit dem anderen Problem, dann kommst du immer wieder, ach ja, das passiert öfter und das hängt da und damit zusammen. Und teilweise fällt ihnen das einfach in der Panik nicht ein. Teilweise ist man einmal kurz besorgt und behandelt erst mal das Problem und danach sind die Leute so glücklich, dass sie sagen, ja, jetzt ist es ja behandelt. Und teilweise empfiehlst du etwas zu ändern. Es ist natürlich aber schwer, wenn du irgendwo eingestellt bist, sämtliche Sachen über Bord zu werfen. Denn viele Sachen sind logistisch schwierig, viele Sachen, da bist du nicht, kannst du als Pferdebesitzer, wenn du keinen eigenen Gestalt hast, das nicht entscheiden. Und so ist das immer ein Zusammenspiel aus Problemen, die nicht nur eine Person betreffen, die das Ganze schwierig machen und schwierig gestalten. Das ist wie wenn ein Pferd kommt und es ist bei dir maulig im Gebiss. Und dann sagst du, Mensch, waren Sie schon mal beim Zahnarzt? Also wurde Ihr Pferd schon mal wegen Zehen vorgestellt? Entweder ja und dann ist das einmal abgehandelt. Und dann ist aber die Frage, wie lange ist das denn her? Also jetzt mal ganz banal. Sagst du ein Ja oder anderthalb oder zwei. Und dann fragst du, wie alt ist das Pferd? Und dann ist es vier. Sagst du, das ist ja ein Zahnwechsel. Nur weil das Problem vor einem halben Jahr noch nicht bestanden hat, kann es ja jetzt schon wieder bestehen. Und dann war das vielleicht vom Ja, ja, wie gesagt, noch gar nicht da. Da war alles gut. Es hat danach angefangen. Oder du hast was behandelt und das Problem ist wieder aufgetreten und es ist ein anderes dazugekommen. Und das bedingt sich so. Deswegen muss man, ja, die Kommunikation ist da, glaube ich, das A und O. Und das maulige zum Beispiel, das ist dann ja, dann ist auch die nächste Frage. Na ja, liegt das jetzt an den Zahn? Liegt es daran, dass die Frenzen schlecht verschneiden? Das primäre Problem rausfinden. Ja. Aber dann ist es ähnlich wie bei der Menschenphysiotherapie. Es ist eigentlich dieses mehr Zeit mit demjenigen verbringen oder ein paar Tage mit dem verbringen. Weil dann entsteht ja mehr Kommunikation. Du gehst zu einem Osteopathen und lässt immer das gleiche Gelenk einrenken. So, und ich sage mir, was für ein Blödsinn. Ich muss doch gucken, warum geht denn das immer raus? Komisch, genau hinten hinterm Sattel zum Beispiel. Immer geht das da raus. Oder immer ist das rechte Kiefergelenk blockiert. Und ich glaube, manchmal ist es auch ein Problem, wie die Menschen das oder die Besitzer das verpacken. Dann ist es so, dann ziehen sie natürlich nur die Hälfte. Der oberste Clou ist, Ischias ist blockiert. Also Kreuzdarmbein ist blockiert. Ja, also ich habe nach oder während meiner Doktorarbeit jetzt noch ein paar andere Pläne. Ich habe ja schon gesagt, ich finde es ganz wichtig, sich vielseitig auszubilden. Und ich möchte gerne noch die Pferde-Osteopathie-Fortbildung machen. Die findet in der DIPO statt. Die werde ich nächstes Jahr starten. Und dann noch weiter mein Fachtierarzt. Weil ich denke, man kann an vielen Punkten ansetzen. Und viele Punkte kriegt man gar nicht mit. Man weiß manchmal vielleicht auch gar nicht, dass man da das Problem beheben kann. Also zum Beispiel alles, was mit Physiotherapie und Osteotherapie zusammenhängt und Blockaden lösen, das haben wir natürlich nicht bei uns im Studium gelernt. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, wenn man nie jemanden gesehen hat, wie jemand da arbeitet am Pferd. Und ich persönlich kenne das natürlich auch nur, weil ich ein Pferd habe selber und mich dann mit solchen Problemen schon mal auseinandergesetzt habe. Wenn man natürlich kein Pferd hat und nur das Studium absolviert hat, dann weiß man vielleicht gar nicht, was mit dem anderen noch möglich ist oder wie da gearbeitet wird. Und ich finde das ganz schön, mich da noch mal weiter zu informieren und auch zu lernen, noch weiter am Pferd andere Sachen zu fühlen und andere Sachen vielleicht beheben zu können. Und auch, ja, noch, wenn ich eine Lahmheit sehe, nicht nur an Stützbein- oder Hangbein-Lahmheit und vielleicht beim Rücken mir zu überlegen, okay, da ist eine Verspannung, ich kann das jetzt, nehme ich das Spitz zum Beispiel lösen, aber wie kann ich vielleicht noch mich schadendisch da anders beigehen? Und natürlich, dann kommt wieder das nächste Problem und der Sattel und hier. Da gibt es so viel, da muss man erstmal hinkommen. Aber auch, was natürlich für mich sehr wichtig ist, ist auch der Fach, die Arzt für Pferde. Einfach, wenn man dann noch tiefergehend Sachen, ja, tiefergehend behandelt und ja, noch mehr lernt einfach. Für mich ist es auch immer so, die Medizin entwickelt sich ja weiter. Du kannst dich auch immer weiterentwickeln, es gibt immer neue Erkenntnisse. Auch wenn du jetzt in die Humanmedizin gehst, vor 50 Jahren war ja noch was ganz anderes Standard als heutzutage. Das ist ja auch nicht falsch, aber das ist alles ein Prozess. Und ja, deswegen denke ich, schadet es nie, sich versuchen weiterzubilden. Aber ich denke, dann bist du eigentlich ja für die Pferdewelt top aufgestellt. Weil ich sage mir immer, jeder hat ja so seinen Fachbereich. Ich bin jetzt nun Physiotherapie-Osteopathin. Ich habe aber wenig Ahnung von irgendwelchen Medikamenten. Ich habe wenig Ahnung von Röntgenbildern. Hast du schon festgestellt? Die schicke ich alle dir. Das ist halt einfach so. Und ein Tierarzt hat vielleicht von den Sachen, die ich mache, keine Ahnung. Und das ist natürlich super. Also ich habe ja schon vor meiner Osteopathie-Ausbildung ganz viel Pferde behandelt. Und ich bin aber heilfroh, dass ich die gemacht habe. Eigentlich auch aus dem gleichen Grund, wie du vielleicht den Doktor, Doktorin machst. Weil halt einfach so ein Schein und so ein Titel auch noch ganz viel ausmacht. Das ist einfach so. Und das war eigentlich mein erster Grund. Als ich dann aber diese Ausbildung gemacht habe, habe ich noch ganz andere Sachen mitgekriegt. Also die Ausbildung bei uns ist in ganz viele Sachen gegangen. Ich war jetzt nicht bei der DIPO. Ich war bei der DOI-GAP. Und wir haben auch wirklich so energetische Sachen auch angesprochen. Und nur ganz kurz, so ein bisschen Kinesiologie-artig, was ich ja jetzt von meiner Mutter kenne, du ja auch. Das war unheimlich interessant. Und wir hatten bei uns auch Tierärzte mit drin, die das gemacht haben. Und das fand ich total faszinierend, weil ich gedacht habe, derjenige, der jetzt diesen Tierarzt kriegt an sein Pferd, der muss eigentlich total glücklich sein. Weil einfach viele verschiedene Sachen abgeglichen werden. Sonst ist es ja so, Tierarzt kommt, es gibt ein Medikament, es gibt eine Kortisonspritze oder irgendwas anderes. Du hättest dann ganz andere Mittel und Wege. Das finde ich richtig toll. Ich glaube, es schadet, wie gesagt, einfach nicht sich mal weiterzubilden und seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich sehe natürlich alles irgendwie mit einem medizinischen Aspekt. Also ich glaube nicht daran, wenn ich eine Kerze anzünde im Stall, dass es dadurch jetzt ein besseres Aroma gibt. Sondern ich überlege immer, ich hinterfrage das einfach kritisch, wenn ich was sehe. So, wir machen das jetzt so und so, dann überlege ich, okay, mit meinem medizinischen Vorwissen, kann das so funktionieren? Gibt es diese Biomechanik überhaupt her, dass das jetzt funktioniert oder nicht? Aber das ist auch, das ist total schwierig. Das ist so komplex, dass man immer wieder überlegen muss, hey, was kann ich da jetzt noch alles machen und wie funktioniert das? Man muss dann immer auch differenziert betrachten. Man überlegt sich ja auch, woher kommt das vielleicht gerade? Und nur weil das Pferd hinten rechts entlastet ist, ist es nicht direkt hinten rechts lahm. Und vielleicht ist es einfach nur gerade müde und steht so. Nicht alles ist ein Problem, kann auch mal nach einem Problem aussehen. Das ist dann auch manchmal einfach Überlegungen, Erfahrungswerte. Aber trotzdem denke ich, ja, wie gesagt, dass es die gute Praxis schon beinhaltet. Einfach sich sicher geduldsmäßig alles anzugucken. Und ja, also ich habe auch versucht, jeden Patienten separat zu sehen. Ja, also was ich hier jetzt auch des Öfteren mal habe, weiß ich nicht, wie du jetzt als Tierärztin darüber denkst. Ich persönlich entwurme meine Pferde zum Beispiel. Und jetzt gibt es ganz viele Menschen, ganz viele Pferdebesitzer, die sagen, um Gottes Willen, so Chemiekeulen haue ich mein Pferd nicht rein, sondern das hat keinen wechselnden Pferdebegleiter zum Beispiel. Oder ich nehme auch des Öfteren Makotproben und gucke, wie wichtig wäre denn für dich zum Beispiel bei deinem Pferd, dass du dein Pferd entwurmst? Also mein Pferd wird entwurmt. Bei uns wird die ganze Herde gleichzeitig entwurmt. Das ist für mich auch ein Faktor. Angepasst natürlich an die Weide, an den Stall, wann wir abäppeln, wann wir generell misten. Das hängt alles zusammen, auch mit unterschiedlichen Mitteln, je saisonbedingt. Das ist ja auch ein Unterschied. Das mache ich bei meinem Pferd. Also ich bin damit die Jahre immer gut gelaufen. Wie oft entwurmst du? Ich entwurmt dreimal im Jahr. Du kannst ja zwei- oder dreimal. Bei uns ist aber auch natürlich Pferdeverkehr. Wir fahren aufs Turnier. Das sind natürlich auch immer noch Sachen. Da kommen auch mal neue dazu und so weiter. Das finde ich auch immer so eine Betrachtung. Wie oft habe ich wechselnde Faktoren? Die Idee, also eine Wurmku ist eine Chemiekeule. Das ist genauso wie eine Impfung. Das ist Chemie. Das hat sich über die Jahre natürlich auch bewährt. Also es hat eine Funktion, die funktioniert. Wir kriegen unsere Pferde wahrscheinlich nie ganz wurmfrei, weil nicht jedes Mittel auf alles wirbt. Aber so weit, dass sie damit keine Probleme haben. Der Gedanke hinter dieser selektiven Entwurmung, so nennt sich das ja eigentlich, dass ich, man kann, da gibt es natürlich auch total viele Unterschiede, man kann einmal eine Kotprobe nehmen, man kann mehrere nehmen, an mehreren Tagen. Dann sind die Äpfel jetzt frisch, weiß ich eigentlich ganz genau, dass sie zu dem Pferd gehören oder gehören die zur ganzen Herde. Also mache ich eine Herdenentwurmung oder nur ein Pferd. Stehen die aber, wenn ein Pferd in der Herde irgendwie einen Wurmbefund hat und das andere nicht, bin ich mir ganz sicher, dass es das andere nicht hat. Würde ich dann nur das eine Entwurm oder alle? Und scheidet das Pferd die ganze Zeit die Eier aus, oder die Würmer, wie auch immer, was ich jetzt gerade habe, bin ich mir ganz sicher, dass ich jetzt, du musst dir ja überlegen, Würmer werden ja auch intermediär ausgeschieden. Das heißt, nur weil ich jetzt gerade drei Tage nichts gefunden habe, kann es nicht sein, dass ich nicht in zwei Wochen eine Ausscheidung habe, weil die Würmer ja auch im Zyklus durchlaufen. Das ist vom Grundgedanken her eine ganz schöne Sache, natürlich zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr Chemie reinpumpen, als unbedingt notwendig. Aber man muss auch sagen, dass es sich jetzt leider in letzter Zeit gehäuft hat, dass wieder Pferde mit, also das hatte man jetzt jahrelang ja nicht, diese Wurmproblematik mehr bei Pferden. Das gab es nicht mehr. Es gab kaum noch Pferde, die wegen einer Kolik, ausgelöst durch Würmer, in die Klinik kamen. Kolik, ausgelöst durch Würmer. Da müssen wir überlegen, die vermehren sich ja im Magen-Darm-Trakt unter anderem, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es sich um so eine Kolik, also um eine Kolik handelt, die durch Würmer ausgelöst ist. Durch diese Vermehrung im Darm ist es ja, das ist ja ein ganzes Bündel, was da ist, was natürlich die Darmpassage behindert, was zu Schmerzen führt. Und das ist unbedingt nicht immer einfach zu beheben. Wenn die dafür dann auf den Tisch müssen und operiert werden müssen, aufgrund von einem Wurmbefall, den ich zwar nett gedacht versucht habe, oder ich besten Gewissens in dem Sinne natürlich gehandelt habe, dass ich sage, oh, ich nehme jetzt immer Selektivkodeproben und entwurme die dann nur nach Bedarf. Aber wenn ich schlussendlich mal etwas übersehen habe und dadurch hat sich sowas angehäufen, mein Pferd muss auf dem Tisch liegen und ich muss das Kolik operieren lassen. Dann ist natürlich auch wieder die Frage, was ist jetzt weniger invasiv? Ich glaube, das kann man, das muss jeder für sich entscheiden. Ich weiß, ich glaube, ich gehe bei meinem Pferd das kleinere Übel ein und sage, ich entwurme sie und habe damit ein besseres Gewissen zu sagen, okay, sie wird wahrscheinlich, großer Wahrscheinlichkeit, keine Kohle kriegen aufgrund von Würmern und habe damit mein Bestes getan. Ich kann zwar auch die Leute verstehen, die sagen, okay, wir möchten das nicht, aber was wären denn für dich so Anzeichen, wo man sagt, das sind so Anzeichen, da würde ich auf Wurmbefall tippen? Wenn ich die Würmer aus dem Anus auskrabbeln sehe, weiß ich, dass da auch nicht oder wenn ich sie schon im Code finde. Das ist schwierig. Also klar, man kann das ultraschallmäßig rausfinden, man kann, wie gesagt, ein Teil rauspassen, wir hatten das auch schon, dass wir eine Sonde geschoben haben und die Würmer durch die Sonde vorne rauskommen. Dann kriegst du auch als Tierarzt ein Schirm, wenn der Entwurm entgegenkommt. Gibt es denn was, was der Pferdebesitzer sehen kann? Meint wegen Haarausfall, kann Mauke damit zusammenhängen? Ich habe jetzt einen Fall gehabt, die entwurmen nicht, weil das Pferd jedes Mal nach der Wurmkur Maul bekriegt. Ist das vielleicht auch ein Entgiftungsding oder dass man sagt, Mensch, vielleicht liegt da ein Problem vor, was genau damit zu tun hat? Also ich kann einmal sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung kenne ich das nicht als Nebenwirkung. Es ist auch nicht als Nebenwirkung auf den Beipackzettel ausgewiesen. Es kommt natürlich auf die Würmkur drauf an. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn man irgendwas importiert aus was weiß ich woher, dass da keine Mauke vorkommt. Aber eine Mauke ist ja ein ganz anderes Problem, ist ja ein bakterielles Problem. Das hat nichts mit einer Wurmkur zu tun in dem Sinne. Das ist ja auch keine Abwehrreaktion. Aber natürlich gibt es immer wieder Sachen, es gibt ja verschiedene Würmer, die manifestieren sich an verschiedenen Stellen, wie Leberegel, Fasciola, Hepatica. Natürlich kann ich da, wenn ich ein Blutbild mache, den Leberwetel auch mal erkennen. Da kommt es aber auch auf das Stadium drauf an. Welche Stadien habe ich gerade im Organismus? Sehe ich das immer, sehe ich das nicht immer? Also das ist teilweise nicht so einfach zu beheben, teilweise nicht so einfach zu erkennen. Hausfell wäre jetzt nicht das typische Symptom. Da würde ich, glaube ich, im ersten Moment eher an Schubbern oder Haarlinge denken, glaube ich. Aber natürlich ist es schon etwas, was da drauf entspricht. Schweifschubbern wäre auch noch eine Sache. Das ist auch so eine Sache, wo man denkt, du siehst ja nicht jedes Mal, wenn du womit rauskommst. Aber Pferde, die sich den Schweif schubbern, wenn sie nicht gerade rossige Stuten sind, die ihren Schweif sowieso an der Boxen anschubbern. Aber das ist auch ein Symptom davon. Muss nicht immer sein, ist aber ab und zu. Also wäre es eigentlich, also ich entwurme meine Pferde, du würdest also auf deine Wurmkur auch nicht verzichten. Was macht für dich einen guten Pferdetherapeuten aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also ich persönlich habe damit sogar eine eigene Erfahrung gemacht. Ich habe, bevor ich meine Osteopathieausbildung gemacht hatte, hatte ich mit meinem alten Pferd ein Problem in der Dressur. Der konnte rechts keine Traversalen laufen und ich habe einen sehr bis dato anerkannten und guten Physiotherapeuten und Osteopathen angerufen mit einem sehr guten Ruf und habe den kommen lassen, habe den meine ganze Problematik geschildert und wollte ihm das Problem zeigen. Und als er mich dann fragte, was die Gangart Trab ist und was überhaupt eine Traversale ist, war für mich eigentlich ganz klar, dass ich eigentlich nur noch Osteopathen und Physiotherapeuten hole, die selber reiten, selber ein Pferd haben, selber wissen, wie man ein Pferd führt und wie man mit einem Pferd umgehen muss. Das ist für mich eigentlich ausschlaggebend, genauso wie ich mir wahrscheinlich eine Tierärztin viel, viel lieber hole, die auch selber reitet, weil sie halt einfach viel mehr Probleme sehen kann in Kombination. Und ich glaube, die kann mir viel weiterhelfen, also viel mehr weiterhelfen einfach, weil sie genau weiß oder eher, je nachdem, ob Mann oder Frau, was brauche ich für eine Beweglichkeit? Wie ist die Biomechanik beim Pferd? Welche Gelenke spielen damit eine Rolle, wenn irgendwas nicht funktioniert? Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der gar nicht selber reitet, diese ganzen Schlüsse gar nicht ziehen kann. Ja, das würde ich, glaube ich, so unterstützen. Es ist total schwer, also besonders, weil die Leute haben das Pferd ja nicht als Pferd, sondern meistens als Reitpferd. Das heißt, sie haben, das Pferd hat eine Aufgabe, sage ich mal, ob es in der Dressur ist oder ob es im Springen ist. Und ich muss dann ja nachvollziehen, was macht es als Aufgabe? Also es hat auf jeden Fall wahrscheinlich erst mal eine Ausrüstung drauf. So, sitzt die richtig? Niemand hat einem die Ausbildung des Tierarztes besagt ja nicht, dass ich die FN lerne, dass ich die FN-Richtlinien weiß. Wie sitzt eine Trense? Wie ist ein Gebiss? Was für ein Gebiss habe ich für welches Pferd? Wie lang muss das eigentlich sein? Wie liegt das eigentlich? Das sind ja alles Sachen, die lernst du jetzt nicht als Tierarzt. Das ist auch nicht die Aufgabe, aber es fördert natürlich zu wissen, ist das überhaupt so richtig, wie das da liegt oder behebt das eine schon eigentlich mein Problem, womit ich sonst eigentlich gar nichts machen brauche? Also ich muss ja auch sehen, ist das Problem, wenn jemand drauf sitzt und das Pferd trabt, das ist jetzt ein mechanisches Problem? Also hat das wirklich eine Larmheit? Ist das im Bewegungsapparat oder fängt das vielleicht vorne an? Ist das immer, wenn der Zügel schlackert? Immer, dass es quasi eine Taktunreit dadurch zeigt, weil das vielleicht vorne das Problem ist, einfach weil es immer gestört wird? Also Zügellarm, auf gut Deutsch gesagt. Ja, okay. Ich darf das. Das kann keiner wissen, der das nie gesehen, geritten oder mal gelernt hat. Ja, es wäre für mich also absolute Priorität, beim Tierarzt jetzt nicht unbedingt. Wenn ich jetzt ein akutes Problem habe, einen Einschuss oder sonstiges, also würde ich von meinem Tierarzt nicht verlangen, dass er reiten könnte, um jetzt diesen Einschuss zu behandeln. Aber für alles, was so halt mit Rittigkeit zu tun hat und all sowas wäre das für mich absolut ausschlaggebend.